ja moin und herzlich willkommen zurück zu einem neuen lustige dinge in gott similiter 3 video jo macht spaß hier bin gerade hier ja genau da oben eine gott statue sammeln und ich hatte einen ganzen part gebraucht ich hab den ganzen part heute wieder geröscht aber es war einfach fast unmöglich ich habe schon versucht auf den ganz großen wolkenkratzer zu gehen und so und der trick ist einfach ihr zieht ganz in die mitte von der gott statue und dann wirklich nur ein oder zwei zentimeter nach oben und dann erwischt ihr die gott statue auch die wäre jetzt zum beispiel hier gewesen und ja mit der giraffe so ja das ist eine höhlen aufgabe und ich hatte dort beim wolkenkratzer in der mitte mehrere bugs wo ich einfach durch die ja durch die böden durch diese bretter und so durchgeglitscht bin ist nicht gerade so bugfrei wie ihr seht hallo giraffe geht's dir gut ich bin wieder am ich bin wieder am tierquell an ja immerhin ist ein simulator in real life da würde ich sofort sagen nein ich mache es nicht aber in eine fußhalte stelle möchte ich mich kurz reinglitschen das geht doch oder ja nicht ganz rein der haus soll komm schon nein ja schon wieder so eine mega klitsch okay ich habe mich irgendwie so wurde ich jetzt einfach hier wieder hin teleportiert ja der geht auch verpasst er hat nichts aber schau was ja sei es ist ein bisschen magi was mache ich denn sonst noch die ganze zeit in die luft fliegen genau mit dem gleitschirm ist es ja auch relativ einfach nur fliegt man dann nicht mehr zurück oder wenn man dann zu weit geht was ist das was ist das hallo die raffe wie weit willst du noch fliegen ach komm runter voll in die müde ohne rein mit dem flaschen einwurf so genau ich versuche immer noch so komisch zu drehen mich wieder aber es geht wieder nicht boah so was wollten wir genau wir wollten uns kurz in die luft jagen wenn es gehen würde hallo jetzt habe ich mich komisch gedreht komm mal kaputt jetzt yay Giraffe unter burning burning des eier ich liebe Giraffen ich lasse sie schön in ruhe ja nicht böse sein zu den Giraffen so also ich möchte diese blöde fliege mal klatschen so geht das mit der Giraffe wo ist sie ist das die kommt die jetzt nein da ist sie okay da ist die fliege also sie sie braucht noch einige zeit wir haben sie leider verpasst und währenddessen machen wir uns noch ein bisschen um wir haben noch ein paar ideen was wir machen können eine wäre wir gehen da auf diesen wo die präsidentenwahl ist auf diese kuppel rauf jetzt habe ich ja das item was ich brauche so jetzt sollte sie eigentlich kommen ja jetzt so ja ein bisschen zu früh aber wenn die so lange braucht so und das habe ich auch lange gebraucht bis ich das item endlich mal oben runter geholt habe mit einer Giraffe geht es besser können wir damit auch fliegen ja babben was ist das das ist doch eine Giraffe das ist irgendwie so ein komisches können wir da nichts machen wie man immer wieder irgendwo da hinklitscht so hier am hafen gibt es auch noch etwas langes das mache ich jetzt in diesem park noch nicht weil es einfach viel zu lange dauert aber aber ähm okay war sehr schmerzig kann ich jetzt bitte hier hoch dankeschön so so zuerst müssen wir das gebäude finden das am höchsten ist das ist das hier so jetzt probiere ich mal mit der Giraffe hoch zu kommen aber es wird wahrscheinlich hier wieder sehr schwierig sein wieder sehr schwierig sein Ramm sehr hallo ist dein Hals noch dran kopf kopflose Giraffe ach komm schon die Giraffe geht einfach gar nichts sie ist einfach viel zu gross und dann sind wir wieder weggeschleudert so hier rüber jetzt weiss ich nicht wie hoch wir sein müssen wahrscheinlich einfach ne auf der anderen Seite hoch gehen gleich mit dem Lift noch kurz fahren mit diesem Putzlift so und hui so wunderbar geht doch geht doch schnell genug vor und jetzt oh gut und dann müssen wir auf das Wichtige halten ich wollte schon los gehen da also hier drauf müssen wir landen da muss irgendwas sein ok da drüben waren wir schon keine Godstarter nix hä hab ich das schon mal gesammelt kann schon sein dass ich das gesammelt ne ich glaube es ist gar nichts hier aber im Staudamm haben wir noch wenig 2 von 8 oder so ok es ist gar nichts hier oben was für eine Intention gut was machen wir was machen wir gehen jetzt mal hier runter vielleicht gibt es hier irgendwo unter der Brücke oder so genau irgendwo muss das nicht sein was machen wir am besten mit dem Hai so dum 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 wie was aussieht wiii huuuu ich bin der Drachenflieger da ist ne Godstarter oder? ich habe doch irgendwas funkeln gesehen oh jetzt sind wir drüber ok so jetzt sind wir wieder durch sind wir so buggy dass wir irgendwo in der Egosicht sind oder so ähm in der Ego in der Egosicht in der Ego ist es wirklich nichts unter der Berg da drübe muss doch immer sein sonst gibt es immer unter Brücken irgendwas und es gibt irgendwo ein geheimes Tor da müssen wir auch noch hin ähm das sind Sachen die ich einfach noch weiss das sind halt wirklich 11 Monate schon her so wie ich das letzte Mal das Spiel gespielt habe und joa wie das ja schon sehr ja wenig hintereinander gemacht bis wir halt nicht so viel Erfarmnis haben also Vortage oder ja mehr Tage nacheinander war also wo könnten Godstatuen sein hier drüben also einen haben wir ganz oben gefunden auf einem diese Dächer da diesen erhöhten Kraftform was machst du eigentlich machst du Angst vor Hein ok wir gehen mal ohne oh nein er wird einfach wieder angesammelt hier drüben muss doch einer sein irgendwo hier muss eine Gutsche also so ich möchte ja lustige Dinge machen noch nicht immer ganze Zeit such such mich hin hey irgendwo muss doch irgendwas sein auf die Schnelle wie süß das aussieht hier könnte doch irgendwo einer sein wiii lustig lustig oh schliebe Haie Haie die knacksen hm ich weiss nicht was was alles zum hoher Damm gehört aber wir müssen sicher hier hoch aber das ist dann eher das ist doch eher Holzwellerlager dann was ist das ist doch wichtig also wenn wir schon hier hoch kommen ist doch das wichtig ganz nein ich will runter fallen ei du bist zu glitschig hehehe 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 hi geht's dir gut gut so also 86 Sägermühle da brauchen wir also noch zwei dann auf diesem Turm ist auch mal ja sie sind eigentlich ziemlich gut versteckt also so blind kann ich das das ist ein Ei das habe ich einfach so gefunden ok was ist das einfach Ei laufende Fussschalen einfach Ei so ähm oben kann eigentlich nichts wie sieht der Fisch aus hehehe oh Gott dann greifen wir hier mal runter runter nicht rein hehehe nein das muss aber einer sein bitte eine neue Gutschtatue hmm wir sind so verpackt was ist es denn hehehe 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 oh was war das denn tot hehehe ah da dankeschön hehehe Fische sind so wackelig Fische sind nicht so gut ach komm wir mal zum Schwein wie süß das aussieht dankeschön schwein dass du so hm gut hier ist nichts mehr das Regelflieger ist hier wieder dort drüben waren wir aber schon ok wo könnte eine Gutschtatue da unten da waren wir noch nicht ok so jetzt haben wir drei von acht genau also wir sind im richtigen Gebiet finden aber jetzt noch nicht so schnell die Gutschtatuen ui sieht ein bisschen anders aus vielleicht ein Kiosk hier drin ah das sind die Toiletten close close also hier oben waren wir glaube ich schon noch so eine Zwischenebene kann da irgendwas drin sein wie kommt man denn da runter äh ok gehts gar nicht auch waaaa muss aber doch irgendwas dort oben sein ja Schwein nein Schwein super jetzt hehehe wegen diesem Hut tut alles so eine Comic Explosion kaputt gehen also ich möchte aber noch dazwischen hingehen kommt man hier irgendwie rein na ist wahrscheinlich nichts drin können wir ja von der Statue noch schauen hier öffne diese Seite ähm dahinter ach biete irgendwo muss doch eine sein da irgendwo in der Zwischenebene hm ok da brauchen wir noch ein bisschen länger also es gibt wirklich schlechte Hilfen im Internet meistens nur Missionen und dann wird nicht mal erklärt was man genau machen muss und nur wo es ist und ja was man bekommt und so aber nichts irgendwie so ja dann mach dann die Taste da und tipp ja wie macht man es besser ähm ja das ist der beste Trick dafür je nachdem welches Tier oder so und welches Item man braucht ach hier ist noch einer sehr gut also dann machen wir noch weitere lustige Dinge natürlich es heisst ja lustige Dinge und äh nicht gerade so extrem viel suchen und zwar müssen wir jetzt einfach an dem rechten äh nach Meerufer entlang gehen nach Norden yay also hier mal runter ein Auto schnappen oder so wie ist das hier zu eigentlich genau drüber wenn die ist zu tschüss lande schön nach unten tschüss und geht's dir gut ah du lebst noch super ich nicht mehr so wichtig huiii nein ich wieder nach oben wieso ist das immer so automatisch nur zum hochkommen ich will doch in eine andere Richtung fahren ja 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 sind wir bald dort schwimmen nehmen wir nochmal äh aber richtig richtig schwimmen ja genau huuuu ja ist ein bisschen zu langsam also holen wir mal ein Auto was machst du eigentlich hier du suchst den Haif äh den grossen Wal heuuu ok das kann man scheinbar auch noch sein schön dass man nicht nur das grosse Huhn braucht dazu aber äh ja man ist natürlich nicht so mobil was ist wenn ich jetzt in ein Auto will geht nicht aber wir sind schneller als ein Auto oh jetzt nicht mehr hoppa gib mir mal den schwarzen Fan gib mir mal den schwarzen Fan Dankeschön du Wanderer äh ich hab Schnelligkeit langsam ja ihr wisst schon was Zeitlupe angemacht so irgendwo hier vorne ist es ja wir sind noch ein bisschen zu wenig vorne das geht alles so schön kaputt er tut die Plätze eigentlich ausschutten ok schauen wir mal hier hier ist nix so hier unten müssen irgendwo die Tore sein hm noch weiter oben hier waren wir ja schon haben wir hier alles gesammelt da ist noch so ein Ding ein Floss ich will ins ein Häuschen rein also wieso ist hier so ein Floss was ich schaue ein Engelsmeere oh ich hab sie von unten aufgeräumt vom Boot geworfen oh oh hier ist TNT oh Wein muss TNT zünden krass hä hä ok ist irgendwie totgerätscht also ähm wo war dieses Tor ah da ok gut was halten wir hier ein bisschen schwerer versteckt gewesen an einem Ort wo ich nicht so dachte was muss man hier machen ähm Schlammbad ui tolz ok dann müssen wir halt uns wieder zur Zege verwandeln und dann Ach komm geh bitte auf jee wir wussten uns wir neigen und dann ist uns ist uns unsere Freundin heute kiste für 500 Okay, geil! Na Freundin, was hast du da? Was ist denn hier drin, bitte erzähl, liebe Freundin? Wie ist das aufmacht? Äh, okay. Was ist das? Ne, nicht das mal. Bis das endlich aufgeht. Also nochmal. Äh, das mal wegmachen. Okay. Was hätten wir denn? Hm. Nehmen wir die goldenen Schuhe. Und ähm, können wir es jetzt öffnen? Ah, wir müssen drauf bleiben. Dacht doch das. Was ist das? Königliche Ritterstiefel. Können wir damit denn was machen? Nö. Nur Stiefel. Hm. Ja gut. Und. Nochmal, nochmal. Wo ist die andere Kiste hin? Etwas Schöneres, bitte. Na, ich wurde getrollt. Wenn man zu geizig ist, wird man getrollt. Wer hat die Gange? Was ist denn hier drin? Oh, ne Goethe-Statue. Sehr schön. Unten vielleicht noch mehr. Oh, da kommt mehr auf. Ah. Wahrscheinlich ein Gang nach oben. Wann hier nicht schon? Wann? Wie hier waren decorations? Hm. Okay. Gehen wir mal hier entlang. Ja, ich kann die Flosse wieder anziehen. Es ist die hier. Ja. Wir sind da wieder besser. So, da ist noch Licht. Hier ist nichts. Aber da oben ist ne Goldstatue, sehr schön, die ist auch easy holbar, 22 von 37 in diesem Gebiet, ok wunderbar. Ok, ich weiss nicht ob wir hier oben schon alles geholt haben, immer ein bisschen mehr hauen mehrmals, könnte ja wirklich irgendwo noch etwas sein, vielleicht wenn man so ein bisschen runter schaut in Gebieten, hier drüben, hier drüben ist ja genau das Kino, oder? Nein, das ist da drüben, ok hier waren wir noch nicht, hier drüben wahrscheinlich, hui, oh nein, oh gut, also hier ist nix, hier ist wahrscheinlich auch verlegt worden, man sieht es halt einfach nicht so gut, aber das muss man sich umschauen, noch eine Goldstatue, ja, wunderbar, also das haben wir auch, das können wir eigentlich genau mit diesem Seil, oder Stahlseil, ja, zurück, und dann noch auf den anderen, für was geht es hier runter, alles genau dort runter, wo wir schon waren, denke ich mal, ja, sie muss da drüben sein. Die Sicht war eben auch bei dieser einen, ganz am Anfang Goldstatue, wo ich ja schon geholt habe, also ich wollte es ja eigentlich alles zeigen, aber es war so mega langweilig, dass ich das einfach geholt habe, damit ich es habe, und nicht eben, wo ich alles zeigen müsste. So, hier oben waren wir aber noch nicht. Jo, mir gehen langsam die vollen Sachen aus, also es gibt jetzt nicht mehr so viel, was wir machen können, das Spiel eben fertig spielen, aber es ist immer so zwischendurch dann immer wieder so der Fall, dass irgendwas irgendwie Lustiges kommt. Zum Beispiel das hier so, schon ein bisschen Lust, nein, ist irgendwo ein einfacher Weg, das ist immer so schlimm mit dem Spielen. Eigentlich müsste ich nur dort hochkommen, vielleicht irgendwas anders benutzen. Ich könnte ja auch mal den Fisch benutzen, um hier einfach irgendwo hochzukommen. Ja, so nicht. Nein, ich wäre fast oben. Irgendwie muss doch das besser und schneller gehen. Okay, was hat es hier so klingt? Wenn ich das hier irgendwie so mache. Da ist irgendwie einfach der grosse, das grosse Seil. Wie kann ich das benutzen? Ah, man muss hier hoch. Okay, sie haben doch einen einfachen Weg genommen gemacht. Aber nur mit Giraffe. Nur mit Giraffe ist es lustig genug. Äh, ja. So, wir sind oben. Ja, wenn man sich ein bisschen umschreibt, dann sieht man es besser. Wir müssen nur ein bisschen Geduld haben. Das Spiel ist ja nicht so riesig groß, dass man keine Geduld haben darf. So, was ist das? Icarus Arti Flögel habe ich eigentlich gefunden. Okay. Ja, sie sind langsamer, wahrscheinlich besser als der... ...ja, drache. Sonst ist nix mehr. Dann hätten wir wahrscheinlich dort unten irgendwas noch. Das ist gut. Damit kann man schon viel mehr erreichen. Äh, wieso ist hier eine Rakete... Es geht manchmal einfach so eine Rakete los. Heftig. Mega. Huuuuiiii. Boah. Bewagsschmerzen. Wieso ist hier Wasser? Es ist einfach ein Schaden und... Jemand hat dann hier so einen Kanu hingestellt. Okay, nice. Also hier muss irgendwo noch etwas sein. Es muss überall noch irgendwo sein, aber ich bin... ...nicht so schnell und alles finden scheinbar. Ich tue mich vielleicht auch schwerer, als wenn ihr irgendwelche Ideen habt. Nur ab und zu. Also, nur schnell ab und zu kommen. Oh, bitte. Ja, es ist nicht explodiert, aber auch immer etwas. So. Ja, vielleicht kennt sich ja jemand sehr gut aus, der die Videos abschaut. LOL. Das ist ein geiler Bock. Ja, dafür babbeln wir wieder im Haus drin. Im nächsten Haus. Und wir können nach oben! Teleportieren! Yeah! Aiu! 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 Okay, leider liegen noch nicht so viele so. Vielleicht mit dem Sai da drunter. Wasser. Und hier hoch. Ah, da gibt es auch da drüber. Gut, abbringen. Jetzt sind wir einfach oben, aber hier oben ist nichts. Da, da. Was willst du mit deiner Riesengiraffe, hä? Ja, ich bin ein bisschen größer als du. Kommen wir? Kommen wir tanzen? Kommen wir tanzen? Oh, ich bin besoffen. Oh ja. Ui! Hahaha! Hahaha! Oh, ich verbeuge mich. Oh, voll in die rein. Oh, mein Kopf ist gerade dort, wo irgendwas noch ist. Hm. Was? Nein, das Schwein habe ich mir schon angeschaut. Okay, sie läuft wieder davon. sitzt. Ah, wie süß. Challenge. Ja, Challenge. Können wir nicht irgendwie… Da können wir irgendwie einstecken oder so. Oh, ja. Usch! Nie? HTはい! Was machen da die? Okay, nichts mehr. Machen sie nichts mehr. Ach geil. So, ich möchte hier grangen. Oh, wie süß. Schaut euch mal das süße Nasson. Oh. So, jetzt muss ich leider nochmals rüber. Nochmals rüber. Ich wollte noch etwas anders begutachten, wo wir noch nicht waren. Oh, das ist nicht so sein. Das ist auch so heiß. Lohm. Dafür haben wir aber ein kribbeliges Nase. Wie kann ich jetzt hier rein? Was ist das? Ein T-Shirt mit Industrie. Touristen-T-Shirt. I love. Irgendwas mit ST. STA. STLA. LE noch. Okay. So, hier ist auch nichts mehr. Nö. Also hier am Hoch muss man. Rein vielleicht. Hier ist eine Lampe. Für was ist hier eine Lampe ausgestellt? Muss doch irgendwas noch dazu sein. Eine Dusche. Und eine Dusche. Und eine Dusche. So. Gut. Ui. Nö. So, wenn man hier hoch geht. Auf dem Wasserturm ist auch nichts. Schon wieder einer, der ausguckt, schaut. Schön aus dem... Ah. Ah. Kernglas. Wenn man guckt, wenn man hier ausguckt. So. Ah, das ist das Gebäude jetzt hier. Also, dann haben wir hier nichts mehr, oder was? Haben wir auch schon gemacht. Wir haben so viel gemacht. Irgendwo war noch etwas schweres. Ich weiß nicht genau, wo. Ah, da ist eine Goldstadt. Okay. Da waren wir nicht, aber ganz oben waren wir. Interesting. Nicht mehr so viel. Hm. Da unten waren wir wahrscheinlich auch schon drin. Nö. Schuhpedia. Oh, Rollschuhe. Wie kann man Rollschuhe fahren? Wir fahren ja nicht. Wir laufen nur. Hier waren wir aber. Okay, wir haben uns gar nicht so umgeschaut. Aber. Was ist hier? Was ist das? Das ist ein Ghostbusters. Okay. LOL. Danke. Ich habe das ganz Effizientes gefunden. Für den Endboss. Das sind Geister. Ich wusste es. Ich wusste, dass diese Menschen Geister sind. Aber man kann nicht so gut zielen. Radio werden nicht verkauft. Heck damit. So. Wunderbar. Ah, da ist auch noch etwas. Was. Ja, oben waren wir. Aber hier drin waren wir noch nicht. Genau. Nochmals etwas Neues. Äh. Architekt. 0,9. Ah. Damit kann man die Meteor messen. Ja, das ist geliebend. So. Wunderbar. Hey, toll. Wirklich toll, dass wir hier noch alles zu finden. Vielleicht nicht alles, aber fast alles. Also hier waren wir. Ähm. Da außen hat es vielleicht noch etwas. Irgendwo war irgendwas schweres. Das letzte Mal. Im Livestream. Ich weiss nicht mehr so genau wo. Oder ich hab's direkt gefunden. War hier nicht eine Goldstadt-Wing auf der Seite. Oder wir wollten einfach hier hochkommen. Und wussten nicht, dass wir auf dieses Gebäude zuerst müssten. Irgendwo etwas war's. Aber scheinbar ist hier nicht mehr so viel. Ja, gut. Der Part ist auch vorüber. Nugzeit. Vergangen. Und ja. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Oder auch nur gefallen. Und ähm. Ja. Wenn ihr eben andere Sachen noch habt. Um noch ein bisschen etwas. Jo. Um das Spiel zu genießen. Dann ab in die Kommentare. Dankeschön dafür. Und ja. Eine kleine Beschreibung. Reicht. Und ja. LOL. Wie ist dieses Auto hier? Okay. Können wir hier nirgends mal mehr rein? Hier? Nö. Okay. Das nächste Mal machen wir Adel. Tschüss zusammen.